Ja Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video auf diesem Kanal. Es gibt mal wieder einen kleinen Produkttest, die T18 Artemis der Firma Brineight und ja, die möchte ich euch gerne noch einmal vorstellen. Die T18 Artemis ist eine taktische, zoombare Taschenlampe mit der Besonderheit, das heißt, sie wird mit bis zu fünf Modulen geliefert, wodurch ihr nicht nur warmes Licht, nein, buntes Licht, UV und IR habt, sprich für die taktische Waffenbesitzung. Wie ich gerade schon sagte, die Taschenlampe wird mit verschiedenen Modulen geliefert, hier drin sehen wir gerade das rote Modul, ja und die Lampe ist wie gesagt, zoombare. Das heißt, wir drehen hier an diesem Lampenkopf, das zeige ich euch später, aber auch nochmal genau in einem Video, wo ihr dann die Lichtverhältnisse in Bezug und besser seht. Ja, kommen wir zu den Details. Mit im Lieferumfang enthalten, haben wir hier diese schöne Box, die war nochmal so in der Verpackung drüber, die habe ich leider nicht mehr, aber wie gesagt, die bekommt eine schöne Box. Da drin befinden sich die Module, einzeln verpackt, einmal das grünge Licht, UV, blau, rot, wie gerade so gesehen, und infrarot. Ebenfalls, wie mit im Lieferumfang, jetzt haben wir ein kleines Lanyard, ein Ladekabel für den mitgelieferten Akku, 5000 mAh, zeige ich euch gleich auch nochmal. Ersatz-Dichtungsringe, einen schönen kleinen Patch, und für mich das Highlight dieser Taschenlampe, klar, nicht nur diese verschiedenen austauschbaren Modis, die ich euch gleich zeige, nein, diese kleine Funkfernbedienung, mit dieser ihr die Taschenlampe, ja, ein- und ausschalten könnt, und die Helligkeit hoch- und runterbringen könnt, aber dazu gleich mehr. Um die Module der Lampe auszutauschen, drehen wir einfach den Lampenkopf hier oben ab, und das geht ein bisschen schwieriger und länger, zack, wir schrauben ein bisschen, das hat den Vorteil, die Lampe ist außerdem auch noch wasserdicht, deswegen schraubt man hier ein bisschen mehr, aber ihr könnt sie auch unter Wasser benutzen. So, dann sehen wir hier drin, jetzt dieses Modul, das schrauben wir einfach hier raus, zack, das ist dann das einzelne Modul, das hier da drauf gesteckt wird, wenn wir dieses jetzt austauschen, dann haben wir immer so schön kleine Döschen hier, wo wir die Module reinpacken können, dann schrauben wir das neue Modul rein, zack, und das wäre jetzt auch schon betriebsbereit, das wäre jetzt das normale weiße Licht, mit dem Einsatz zusammen, zack, haben wir dann jetzt auch wieder die Zoom-Funktion vorhanden, kommen wir zu der Fernbedienung, die Lampe ist aus, ich leg es einfach mal nirgendwo, und wir nutzen die Fernbedienung, zack, die Lampe an, die Lampe aus, und jetzt zu der Besonderheit, wir können das Licht herunterdünnen, und natürlich auch wieder hochdünnen, ein schönes kleines Nasiborin, Beispiel, wir haben die Lampe jetzt irgendwo platziert, sei es jetzt für die Jagd, aber viele jetzt aus unserer Sparte, der Fotografie, die haben die Lampe irgendwo in einer Ecke hingelegt, zum Ausleuchten eines Raumes für Fotos, wir können halt vom Weiten die Lampe ansteuern, die Helligkeit dimmen, und ja, aufgrund der einzelnen Filter, interessant jetzt für die Fotografie, wäre jetzt UV und die R-Renig, aber halt, das rote Licht, das grüne Licht, und das blaue, finde ich für unsere, wie gesehen schon, ja, echt spannend, um damit die Räume auch farblich auszuleuchten, um damit ein paar schöne Fotos schießen zu können. Ebenfalls mit dabei, bei der Rampe, natürlich wie ich gerade schon sagte, ein Akku, mit ganzen 5000 mAh, dieser wird mittels, das mit gelieferten, USB-Ladekabel, direkt am Akku geladen, so, jetzt denke ich, habe ich für immer genug geschmackt, jetzt blende ich euch noch ein paar Ausschnitte ein, wo ihr die Lampe mal in Aktion seht, sprich, zwar nur hier in der Wohnung, aber, es ist dann bereits dunkel, und ihr seht mal so dann, wie sich das Licht im Dunkeln verhält, dass ihr eine ungefähre Vorstellung habt, ja, was wäre eine Lichtausbeute, was für Farben aus dieser Lampe zu erwarten sind. und ihr seht mal aus dieser Lampe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017